Ja, im folgenden Video soll es mal um die vergangene Hitzewelle gehen, die es über Deutschland gab. Ja, ich glaube, das sollte jeder mitbekommen haben. In Deutschland gab es zuletzt eine Hitzewelle. Es wurden teilweise Temperaturen gemessen, die die 40 Grad bereits überschritten haben. Der Höchstwert war in Lingen 42,6 Grad. Okay, da muss man dazu sagen, der Wert, das war alles wohl nicht so ganz unumstritten. Aber allein, dass man wirklich an vielen Orten Deutschlands über 40 Grad gemessen hat, das finde ich schon heftig. Und ja, jetzt stellt sich für mich natürlich so ein bisschen die Frage, wie weit ist der Klimawandel schon fortgeschritten? Inwiefern kann man das noch aufhalten? Ja, einfach weil dadurch natürlich gibt es oftmals ein Tuberwurm, auch mit CO2-Steuer und allem und Klimawandel. Das ist ja ein sehr, sehr turbulentes Thema und auch ein Thema, was von den Medien ja immer wieder aufgegriffen wird. Aber wenn über 40 Grad, dafür ist das eigentlich gar nicht ausgelegt, dass man hier über 40 Grad erreichen kann. Und das ist echt unheftig, wenn ich mir daran denke, das kann in den nächsten Jahren noch so weiter gehen. Da, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, sage ich mal ganz ehrlich. Und ja, was kann man machen, um den Klimawandel zu stoppen? Das ist wiederum eine andere Frage. Ja, natürlich kann man, ja, als, ähm, anstatt dass man mit dem Auto fährt, lieber das Fahrrad nehmen oder zu Fuß gehen. Oder wenn es darum geht, in den Urlaub zu fliegen, anstatt das Flugzeug zu nehmen, das Auto nehmen, als Beispiel. Oder den Bus oder die Bahn. Ist mal noch alles umweltfreundlicher als das Flugzeug. Ja, und ich sag euch jetzt mal eins, die, die bei Fridays for Future in meiner ersten Reihe stehen, sind auch die, also nicht immer, aber oftmals die dann in der ersten Reihe im Flieger nach Thailand oder Dubai oder sonst wo hinsetzen. Sie fliegen und das auch noch richtig weit und damit verursachen die CO2-Steuer, ja. Also CO2 und daraus die CO2-Steuer, ja. Was glaubt ihr, wird der Klimawandel in den nächsten Jahren, wird das so weitergehen oder wird man das überhaupt noch stoppen können? Was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, dann bis zum neuen Video, bis dann.